hey leute und willkommen zurück zu let's play wo w mit unserem paladin ja wir waren in der letzten folge dabei die quest hier zu machen jetzt weiß ich aber auch warum es nicht geklappt hat denn wir müssen das einsammeln was wir da hingeworfen haben so der fliegt jetzt dahin jetzt können wir das auch einsammeln aber jetzt auch wieder nicht das verstehe ich jetzt nicht wir den noch mal gerade konnte ich doch was einsam noch mal so ich glaube wir müssen ein bisschen abwarten jetzt können wir es auch da einsammeln sehr schön ja da können wir so viele von den fledermäusen töten wir wollen wenn wir sie guten müssen ja wenn wir was einsammeln müssen nicht was guten so haben war dann geht es auch weiter wusste der nächste werfen wir einfach mal hierhin so ist auch da können wir auch wenn schnell töten dass wir die aufgabe schnell fertig kriegen so ja was gibt es neues eigentlich derzeit nicht hier sind alle lab sehr schön wo war das was wir einsammeln müssen ja was gibt es neues eigentlich gibt es gar nichts neues die folgen kommen stetisch raus ihr wisst es ihr seht es das weiß ich sehe es ja dass ihr seht der kanal wächst langsam langsam das freut mich so ja aber es gibt so neues kommt jetzt ab und zu mal live aber sehr selten weil manchmal weil das server auf dem ich spiele ist echt total rappelvoll und deswegen habe ich manchmal da echt fps probleme das echt nervig ist bevor das dann nur ruckelt dann nehme ich lieber gar nichts auf und spielzeit so mal bisschen offline macht für mich aber dead island das ist jetzt ein steamprojekt geworden dass man auch mal ein bisschen weiter kommt statt immer nur mal 10 15 minuten folgen dafür machen wir dann mal lieber so ein ein bis zwei stunden stream wo wir auch recht gut vorankommen wir sind jetzt glaube ich akt 4 oder 5 da müssen wir mal gucken wie weit das auch geht und danach mal gucken was wir dafür neuen stream anfangen müssen wir mal gucken so dann werfen wir hier noch meinen kann ich schon hin kann sich durch einsammeln sehr schön ich habe auch noch 6 ich habe glaube ich gerade schon wieder vergessen hat zusammen zeigt ich habe sie dann kann ich hier aus einsammeln das ist eine spinne keine lustige unnötig mobs zu pullen ja danach werden wir noch nach der folge können wir mal wieder uns sonst gehen wir waren der letzten folge war gar keine instanz davor die folge das war glaube ich eine aus bbc also könnten wir ein theoretisch mal eine von ort und eine instanz uns anmelden so hin von dir kommen wir auch noch mal ein screenshot noch nicht beim nächsten mal der runter kommt nach dass ich habe kein fahrer einsammeln so zwei noch werfen wir mal hier noch ein geist wir werfen trotzdem schon mal hier hin so ich brauche sie haben wir das auch noch mal um guck mal gleich der nächste kommt sehr schön das war ein bisschen zu schnell denn der hat nichts trocken lassen schade ich habe kein ziel haben war so was ist denn da ist es sondern gehen wir noch mal kurz zu denen war da suchen wir machen aber manchmal ein schönes foto von den also wir müssen ja was werfen ja es war klar dass du uns jetzt auch angreifst da kommt das das können wir trotzdem dahin werfen oder auch nicht so er ist besiegt dürfen wir das jetzt mal hin ich kann keinen sweatshop machen hat dass die aufnahme taste drauf ach nee ist ja gar nicht bei das sind nur bei wo ist das denn vorher nach bei spiele von stream ich habe da drauf nach müsst ja ja komm noch mal hier foto in grün ein foto brauchen wir mal andere seite wollen wir und was war das druck glaube ich ne genau so zack dann nehmen wir das endlich auf und haben die aufgabe endlich geschafft ihr könnt des kampfes nicht aufmauten wir kämpfen noch gar nicht wir kämpfen immer noch gegen nix so jetzt können wir aufmachen so normal auf und gehen die aufgabe endlich ab dann gucken wir mal wo wir als nächstes hinkommen fliegen wir mal da kommen wir an das ist sehr schön darum gehen wir die aufgabe ab es ist mir eine ehre es ist mir eine ehre es ist so gelohnt und kann was schönes aussuchen wenn wir mal dem sehr gut anziehen so dann was haben wir denn dafür aufgabe das traurig von ihr als dahin fliegen operation man möchte dass wir den unteroffizieren müssen wir wieder helfen dann wollen wir mal dahin fliegen und gucken was auf uns wartet der ausposten der forscherliga da fliegen wir jetzt hin zu der aufgabe und dann gucken wir mal kleiner fluss na gut dass wir mittlerweile fliegen können dann geht das auch alles viel schneller so dann müssen wir das jetzt das greift uns in der an so jetzt noch mal hier hin so dann gehen wir einfach hier hin ist das ein besonderer nee rufen wir ihn mal so ja alles gut oh 3 und 2 Inventar ist natürlich voll das ist jetzt so richtig schön das kann weg quest gegenstand quest gegenstand mhm 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 gut können wir mal anziehen schmeiß mir das mal weg was geht euch durch den kopf man sieht es nicht mehr tragen er kann nicht mehr tragen er kann nicht mehr tragen das noch weg schön euch zu sehen so bleibt sauber komm die töten noch mal schnell ach die müssen wir sowieso zerstückeln so und genau zerstückeln so dann gehen wir erstmal in den tun wir müssen wir glaube ich abbrennen genau das können wir mal schnell machen passt so so ich nehme mal mit ich nehme mal mit ich nehme mal mit so aber dass wir ein bisschen action haben ein kleines bisschen leiser aber so müsste das eigentlich gehen dann hört man glaube ich noch ein bisschen ein inventar ist voll kommen hier weg ich kann nicht mehr tragen so ach ich muss nur noch zerstückeln ich kann diesen gegenstand noch nicht benutzen so ich noch genau so was muss man hier drin ach das muss man auch im brand stecken ok da kommt ihr beide könnt auch noch schnell herkommen so ach der hat mich gestand hat er mich der sack so zack dann auch mal lassen wir unsere hammer kreiseln schild wurf schild schlag sehr schön haben wir dann zerstückeln wir so mal ist noch nicht bereit müssen wir wirklich anvisieren zack und zack so dann verbrennen wir das haus auch mal das ist zu weit entfernt dann müssen wir das hier mitmachen glaube ich hier mit ne ja so haben wir können wir mal auf mounten auf mounten und dann fliegen wir mal ein bisschen über dem boden direkt hier rein sehr schön hast du uns ein elendes schwein genannt dafür zerstückeln hatte ich dafür zerstückeln hatte ich so dafür müsste zerstückeln so dann fliegen wir gleich mal zum nächsten das ist da so und zack sehr schön aber wir machen erst die anderen aufgaben noch fertig so zerstückeln können wir gleich noch aber ja mal sagen wir machen erstmal kurz die türme zwei kamen auch hoch dann ist das glaube ich noch der da hinten sein so kommt hier aber ich nehme mal schnell da haben wir schon die nächsten drei zerstückeln so sehr schön looten erst zerstückeln zweiten und den dritten dann können wir wieder auf mounten dann fliegen wir noch mal schnell zum anderen turm so das ist der da dann laufen wir noch mal weg dass sie uns nicht weiterhin abschießen das ist nicht an irgendwelche runde zählt doch nicht so 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 zerstückeln wir euch noch mal schnell zack zack so aber ich danke euch fürs zuschauen wir sehen uns nächste woche wieder zu einer weiteren folge let's play paladin und wenn ihr sehen wollt wie wir die nächsten weiterzuzeichen zerstückeln und was uns noch passiert schaltet wir nächste woche gleiche zeit gleicher ort ich danke euch fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss